Hi, mein Name ist Sophie Sandmann. Ich bin 18 Jahre alt, wohne in Düsseldorf und mein Ziel ist es, beruflich in die medizinische Richtung zu gehen. Das Besondere an den Schulungen bei SIR Germany ist, dass es sehr viele positive Menschen gibt. Die Schulungen sind sehr, sehr leicht zu finden im Internet. Es ist eine super Seite. Es gibt sehr viele verschiedene Kurse für sehr viele verschiedene Interessen. Ich habe mich super toll aufgehoben gefühlt, super tolle Menschen, eine schöne Atmosphäre und jede meiner Fragen wurde schön beantwortet. Nach dieser Schulung fühle ich mich eigentlich sehr sicher. Ich habe jedes Detail verstanden. Tausende Fragen gestellt natürlich, aber auch jede Frage verstanden wurde mir beantwortet und ich freue mich jetzt die die Informationen in der Schule anzuwenden. Meinem Modell hat die Schulung sehr gefallen. Also, die hat auch zum ersten Mal erfahren, dass es überhaupt sowas gibt. Dann habe ich sie gefragt, die war sehr positiv überrascht von dem Ergebnis, von den Menschen, von der Umgebung. War super. Es gab sehr viele lustige Momente in der Schulung und zwar vor allem auch das eigene Modell, wie das gekreischt hat. Auf jeden Fall war sehr viel Lachen, war sehr viel Lächeln und wir haben uns auf jeden Fall auch selbst alle ausgelacht. Gehört ja auch dazu. War auf jeden Fall eine wunderschöne Erinnerung. Also, ich würde es für Menschen auf jeden Fall weiterempfehlen. Vor allem, wenn die nicht wissen, wenn die nicht genau wissen, was sie machen möchten, kann man sich auf jeden Fall sehr schnell was finden und man lernt auf jeden Fall sehr viel, was ich zum Beispiel davor auch gar nicht wusste. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. ... Untertitelung des ZDF, 2020